Wir sind jetzt hier auf dem Hallenboden angelangt. Sie haben das Spektrum gesehen, Sporthalle und in der Nähe ein Mobilfunksender. Und diese Werte liegen jetzt hier am Hallenboden bei 2000 Mikrowatt im Quadratmeter, wo hier auf die Zuschauer und auf die Sportler einprasseln. Der Wert, wo in Europa diskutiert wird, ist der Grenzwert in Salzburg. Er wird hier mit 10 Mikrowatt im Quadrat angegeben für die Bürger. Wir als Elektrobiologen oder Baubiologen fordern 0,1 Mikrowatt im Quadrat. Das heißt, wir haben hier in der Halle die 200-fache Dosis, die auf Menschen einprasseln können. Aktuell vor allem interessant über immer mehr Fälle, die sich häufen, Todesfälle von Sportlern, wo man sich nicht erklären kann. Wie ein Denkanstanz zu der Mobilfunkquell. Wir haben aber Messungen oft mit 7.500, 8.000 Mikrowatt im Quadrat. Ist keine Seltenheit, vor allem in Ballungsräumen wie in Stuttgart. In Großräumen finden wir das häufiger an. Vielen Dank.